hier ging es aber heute sehr schnell los ist das schon die eins und die sechs tatsächlich also eins und sechs ist welche zahlen genau und damit herzlich willkommen wieder hier zum adventskalender am 16 und das heute aber auch wer ist denn hier überhaupt ich bin der henry irgendwann noch was selber sagen darf ich kann nicht mal luft holen ja heute war ganz schnell jetzt hier nichts drin oder was wenn der 16 doch da muss man nur fuggeln ja da ist heute so schnell das ist heute ganz fixe truppe und was aber da noch die zweite zweite hälfte von der mauer da sind wir wieder und da passt selbst unser monster tag nicht durch dass die monstertag und so das haben wir schon für aufmerksame zuschauer und das was gleich darunter fällt was ich doch da sehe was ist das oder die kerze fällt was ist das ganz schlag der geht aber auch nicht in die waschanlage sehe ich gerade nur das vorderteil das hängt aber beides zusammen kann es noch mal nebeneinander hängen dass man das auch mal im ganzen sieht einmal mit dem ganzen satz hier sind die maschine und die schanze sieben auch in den farben von stanz tatsächlich und natürlich wutsch und wutsch und wutsch genau und natürlich wutsch so wutsch macht es auch hier wenn Captain Marvel sich ein bisschen hingelegt hat ja so ähnlich was ist das denn ein schneemann mit ja genau die waren irgendwie noch über und da die sind auch nicht mehr in funktion die sind einfach nur ein schneemann mit einem schönen helden ja statt besen was ist das denn hier guck mal hier was ist das denn ich guck gleich mal ja dann guck mal eine transportable bank so sieht's aus ne ja ich würde sagen das hinter ist ein kleiner roboter der schiebt was das sieht man nämlich hier auch eigentlich nimmt er die ganze schneekugeln also wenn man mal wieder eine schneeballschlag plant dann kann alternativ natürlich auch einfach das transportieren aber wer will kann da natürlich auch eine schneekugel draufsetzen und das da hinten ist ein kleiner roboter kann der kippen ne ne das ist fest das bleibt das ist leider nur so genau so schatz du hast rödeln ich habe eine märchenstunde ein kleines sächelchen mit einem kleinen tischchen wo ein kleines tischchen und ein märchenbuch da steht drinnen once upon a time und was heißt das käferchen du kannst auch englisch was heißt once upon a time once upon a time zweimal keiner hat es vorgesagt ja so apropos grödel gar nichts bauen musste man heute werden wir übrigens den zweiten teil der da gab es auch tränen als die zweite hälfte von unserem der mauer plötzlich weg war jetzt ist sie wieder da guck mal da haben wir wie heißt die eule und dann haben wir noch ein ticket hinter der mauer das ticket das passt eigentlich zur mauer zur geben wir mal kurz die mauer weg da hast du mich bedruckt da steht nämlich gleis neun dreiviertel drauf und wir haben hier so eine bedruckte fließe das ist so eine sammelfliese davon gibt es ganz viele und die kann man sammeln ja deswegen sammelfliese schön wo ist die andere sammelfliese ich habe noch mehr davon die mauer ist nicht zu gleis dreiviertel das wollte ich mal sagen zu neun dreiviertel sondern was war das einfach so der eingang von ach ja natürlich von der winkelgasse ja das kann auch sein stimmt okay ich nehme alles wieder zurück und behaupte das gegenteil und damit sind wir auch schon wieder durch für heute das ist ja auch gar nicht gewürdigt die kommentare liest du die eigentlich doch natürlich und wir haben sehr nette sehr viele nette die morgens immer sagen dass sie ohne uns fast nicht mehr aufstehen können das ist wie der kaffee ja und da muss man sagen eine freunde sich darüber und sagte Mensch dass ihr morgens aber auch immer schon so so agil seid da muss man leider sagen teilweise nehmen wir das ja dann doch mal einen tag vorher auf oder so also wir kommen hier gerade erst vom strand wir erwähnten das ja schon und deswegen ja sind wir teilweise noch agil weil es doch schon etwas nach morgen ist ja aber ach so ne dann steil ich das ist jetzt morgens gibberchen ja ja genau man zieht das kind nicht zu sowas ist jetzt morgen du darfst die wahrheit sagen heute ist mein was was heute ist noch der gleiche Tag wie vorgestern ne vorgestern haben wir gestern aufgenommen ne vorgestern haben wir vorgestern aufgenommen stimmt sogar nicht ja ja gestern haben wir heute aufgenommen das ist aber auch ja Mensch ja wo ist marty mcfly wenn man die mal braucht ne ähm woher kennst du den woher kennst du den woher kennst du den ähm das ist ein alter schuhkamerad von mir also aus den 50ern nein nein ne wer ist denn da marty mcfly ähm einer von zurück in die zukunft hä was das man darf doch eigentlich bei den streamen diensten nur wenn wir zusammen gucken oder woher weißt du denn was von zurück in die zukunft hat mir Leon erzählt hat sowas von marty mcfly ok wir merken unser sohn weiß mehr als wir denken hat er mir sogar erzählt dass das von zurück in die zukunft ist äh ok ja siehste da sind wir alle verwundert so mit diesen wundersamen dingen mit ochstern hören sie auch morgen das blümchen wieder sagen ne ochstern komm ja sagen tschüss der henry das bürchen das bürchen jo oh jetzt kann jetzt ja tschüss ui tschüss